Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Curvefeather, also Curvefeather meine ich, mit einem Gast diesmal, nicht alleine, nämlich den Zombie-Gamer L.P. Ja, L.P. ne? Ja, aber das steht nur L. Und man bewegt sich halt mit den Pfeiltasten. Welcher bin ich? Achso, der Gelbe. Gut, äh, oh, das Feld ist etwas klein. Ja, das muss ich gleich nochmal ändern. Auf jeden Fall, ähm, ja, dieser Part kommt halt heute direkt. Also ich versuche jeden Tag, ähm, was hochzuladen und, äh, das ist nein. Und das ist jetzt so, ähm, wir hatten gerade zwar schon eine Aufnahme von einem Spiel, aber dann hat's nicht mehr aufgenommen. Und das war ziemlich verändert. Und da hier mein guter Kumpel, der Zombie, ähm, ja, Gamer L.P. keinen Bock mehr hatte, habe ich mir gedacht, komm, nehmen wir eben das hier kurz auf. Das hier wird ungefähr wieder so, ja, 10 Minuten oder so. Ich muss hier gleich noch die Größe verändern, ne? Äh, äh, ja, warte, ich muss mal eben etwas weiter hieranschieben. Ja. Äh, was seht ihr jetzt? Was seht ihr jetzt? Was seht ihr jetzt? Das seht ihr jetzt? Das will ich aber nicht. Äh, sorry, dass ihr das gerade sehen müsst. Ähm. Ähm. Oh, geht doch weiter. Ja, das nervt aber ganz schön. So, jetzt ist ihr jetzt nicht mehr. So, ja, ich bin gerade am laufenden Band verlieren und ich muss mal den Tiefers leise machen. Sorry, Leute, heute ganz schön unvorbereitet in die Runde gegangen. Wir haben's auch schon ganz schön gespät. Alter, warum ist das immer noch so lauter? Das ist bei mir nur so laut. Ähm, ja, es könnte sein, dass ich jetzt etwas lauter bin als das letzte Mal. Ne? Hallo, noch da? Ja. Achso, weil ich und du die ganze Zeit verkacken. So, äh, die nächste Runde wird etwas besser. Hm. Ich hoffe, jetzt ist es etwas leiser. Hä? Wer bin? Hä? Der denkt nicht mehr. Bist der Gelbe. Oh, jetzt ist es etwas leiser. Heute richtig. Ah, jetzt hängt er wieder. So, äh. Eingesperrt. Ich bin auch sofort gekommen. Ich meine, irgendwas auch. Auf jeden Fall, er ist gerade am Gewinn, also der Zombie-Gamer L. L, ja. Ich hab's gerade gesagt. Äh, das rote, warte. Also, äh, ich muss ihm das noch erklären, er spielt das heute nämlich zum ersten Mal. Ähm, die roten Sachen sind schlecht für den anderen. Die grün Sachen sind gut für dich, also, du solltest nicht alles, was grünes einsammeln. Äh, die Pizza macht sich halt fetter und so. Äh, dass sie schlecht für den anderen da wird, ist die Steuerung umgekehrt. Ja, äh, wie schon gesagt, sie mich umvorbereitet, hier in das IP rein, noch mal schnell was aufnehmen für heute. Ja. Ja, auf jeden Fall morgens wird, morgens, 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 morgens wird auf jeden Fall nicht so stimmisch gehen, sondern ganz in Ruhe und so, dann nehmen wir auch dieses bestimmte Spiel auf, was ihr dann morgens sehen werdet. Äh, ja, und ich hab das Spiel halt schon angetestet, es macht sehr viel Spaß und ich hoffe, es macht euch auch sehr viel Spaß, es dazu zu gucken. Ähm, ich hab mir auch schon überlegt, überlegt, das vielleicht mit Abonnenten zu zocken und ja, das wird dann ziemlich cool, ne? Oh, warum hast du eine Slow Connection? Was? Du hast eine Slow Connection, bei mir gerüstet, ah. Ja, jetzt bist du wieder drin. Jetzt bist du dick und verhält, haha, jetzt bin ich auch dick und verhält. So, auf jeden Fall muss ich hier gleich noch sehr viel ändern. Wer hat jetzt Punkt bekommen, oder? Ja, äh, ich. Ich hab einen Punkt bekommen. Naja, aber, morgen kommt halt das andere Game, ne? Mit dir? Dabei, wenn ich von der Schule kam. Hä? Abends. Also immer abends. Ja, ich nehme immer abends auf. Da, als da, und wir haben ruhig. Und ich nehme immer direkt nach Schule auf. Naja, so wie ich schnappen, so, äh, aufhähem. Ne, komm von dem PC weg, ich sag, ich sag, ich sag, du denkst, du sagst, du kannst Schülern tun, ich schmerzen. Jawohl, wir schmerzen. Beschmerzen, du, ich hab gewonnen, ich bin Babo und so, ne? Ähm, was machst du gerade? Hm? Oh, nein, nein, du hast gewonnen. Yeah. Ne, 10, 10. So, was soll das sein? Keine Ahnung, Randstecker? Renn. Sollte bis, ähm, mitten im Loch durch dein eigenes... Ach, schon. Nein, nein. Oh, puh. Ja, jetzt müssen wir bis zwölf spielen. Habe ich da was falsch gemacht? T-Break. Oh, ich werd' ich jetzt alles machen. Ui, jetzt werd' ich jetzt mal nen Kreis machen. Ah, Idiot. Super, Idiot. Naja, ich glaub, diese Runde hast du gewonnen. Ja, du hast gewonnen und der Sound ist ziemlich laut, äh, jetzt musst du eben auf Leave drücken. So, und ich muss je Ende einstellen. The Gamescore. The Gamescore. The Gamescore. Thereask여 SEEK Hummer. Öhh, E иvere Queerball. And, let's see. Warte mal los, Leute. This is... Budget change. Headseing... Passes... wohl ein Bild um sie lief Prozent muss ich nun mal eben gucken ob ich hier in die Option bekommen die Schienen muss machen etwas weiter unterdrehen so um es so noch ich will Ehe Nächste Siehste? Oh ja, das Bild ist groß. Jetzt hast du etwas mehr Spielraum für dein UB-Ges-Dasein. Ja, ich hatte da... Ach so hab ich ja schon... Mein... ... immer so unvorbereitet und mein Handy war das gerade. Falls ihr das hören könnt. Auf jeden Fall, ähm... Ja. Nein! Ah... Extra schnell. Ja, hab ich gemerkt. Ähm... Warte, ich muss mal gucken, wie lange wir schon aufnehmen. Ja, wir machen die Sonne noch. Oh. Äh, die Sonne spielen wir noch und... Ja, werde ich das heute noch hören. Schnell. Schnell. Heute habe ich echt kein Skill. Schnell. Schnell. Sie ist das passiert, wenn man und vorbereitet aufnimmt. Man muss durchnehmen, man muss alles einstellen, blablablabla. Schnell. Super Speed. Super Speed. Wow, war ich schnell. Wow. Wow. Und ihr könnt auch gerne ein Abo da lassen, sag ich jetzt einfach mal zwischendurch. Das tut ja nicht weh und kostet auch kein Geld. Schnell. Ja. Ja. Und du liegst in Führung, obwohl das das erste Mal spielt, ich lasse ihn, äh, ich lasse ihn , äh, ich lasse ihn, äh, ich lasse ihn, äh, ich lasse ihn, äh, ich lasse ihn, äh, ja. Ah ja, das danke. Guck mal. Äh, okay. Damit kann man durch die Wände laufen. Jetzt nicht mehr. Nein, doch. Doch, lang. Verlangsamen konnte ich geworfen. Ach so. Alter, jetzt bin ich fertig. Die Klinge. 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 Ich hab mich doch gerade erbangemeldet. Ja, vielleicht hast du noch einen anderen Account. Weil sonst wärst du kein einziges Mal so gut gewesen. Ja, dann bin ich halt wieder fett. So. Jetzt wird meine Richtung wieder gewechselt. Nein. Ja, gewonnen. Endlich mehr. Ja. Ja, gewonnen. Hui. Ja. Wow, ich steht 2 zu 5. Er das wohl gewinnt. Oh, ich hätte die Gewinnrate etwas zu machen müssen. Was gab mir? Was gab mir? Was gab mir? Was gab mir? Kennst du noch dieses Spiel Snake? Ja. Oh, das ist so geil. Oh wha. Ja, so das ist geil gekommen. Guck'n guck'n mal jetzt bis zum Day-heg. Der mistakegers nicht. Und ich hab dich weiter reingeritten in die Scheiße. Huh. Guck'n guck'n ob ich dieses Spiel noch gewinnen. Dreck mal das Radiergummi ein, okay. Ha ha ha, holst du dich doch und kratzt ab. Hier wird zu daraus kommen, hm, hm. Ja, warum ich immer am Ende einen Kreis mache, keine Ahnung. So, steht schon zu viel ich gewinn. Ha, ha, noch ein paar Punkte, ne? Und das so, hm, hm, ja. Ich mach dich mal slowly. Und, und, ich mach dir den Weg abgeschnitten. Nein! Dumm, dumm, dumm. Hm, 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 hm. So. Nein, das will ich nicht haben. Nicht das hier, das da, das da. No, ho, 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 nochmal hier durch, bam. Tchü, hast du das gesehen? Nein. Siehst du diese Löcher da? Boah, wer ist sie pro? Ich bin so einfach mal so euskert zweimal, ne? Auch, cool. Nochmal, Verlängerung, yeah. Hey, Lea. Oder, so, nicht genau. Okay, oder so. Guck mal, hui. Hallo, anstatt das Radiergummi einsam ist, ne? That is you, that is so you. Und, ja, ich hab gerade eine Anspielung auf sowas gemacht. Anschießen, anschießen, anschießen. Nein, Manu. I'm good. Toll, das hab ich auch schon mit Slowly geschafft. Also, wenn das Sound so laut sein sollte und ich wieder zu leiser, dann muss ich irgendwie herausfinden, was ich dagegen tun könnte. You are slowly. I'm so schnell. Noho. Oh, oh. Zu schnelle Schnelligkeit. Zunigen, die. Ah, du hast ein neues Achievement. Okay. Nicht da rein, nicht da rein, nicht da. Fuck. 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 ja ich hab gleich gewonnen ja ich hab den zuschauen was geschrieben ich wollte ja sehr klug ok das sieht aus wie nein nein das hast du nicht sagen uns wird dieses video gesperrt und wir dürfen sowas auch nicht malen dann krieg ich das mit youtube das wollen wir doch wir haben ja noch genug platz extra das hier dünn nutzen ja du hast gewonnen ich sehe es ein und ja leute da mit diesem sieg an den zombie gamer will ich mich auch an diesen party verabschieden wir sehen uns im nächsten bis gut ciao 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 ciao